Hallo Leute, was geht ab? Ich bin der Faris und wir machen jetzt mal den Herb in Roblox. Was geht ab? Ich meine, Obi, ich habe schon viel gemacht. Ich will nicht einfach uhrlange brauchen, um euch das zu zeigen. Also habe ich dann fast das halbe Weg. Nicht wirklich. Wo bin ich hin? Okay. Ich gehe einfach weiter. Und ich bin gut. Nein, ich will nicht skippen. Okay. Stopp! Danke. Oh Gott. Habt ihr gesehen? Ich kann den fucking Hype in Roblox. Ja, ich mag Roblox. Ich mag das Hype. Ich mag die Tanze von Fortnite. Das heißt nicht, ich mag Fortnite. Aber okay. Ich mag wirklich nicht Fortnite. Ich mag nur die Tänze. Die sind alle cool. Deswegen. Und ich mag nur coole Tänze. Ja. Oh, was? Ich habe nur den rot berührt. Okay. Brrrr. Brrrr. Wiii. Moment, der Floss hier wäre schwer. Es gibt leider keinen Floss. Warte. Hör. 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 Ich will euch das zeigen. Das ist mein Farbe. Bin ich. Ich habe es gewusst. Rot. 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 Das ist eine, bitte. Okay. Das war scheiße. Rot. Oh Gott. Ich muss rot. Mitte. Dings. Scheiße. Es war recht. Immer rechts. Was? Wollt ihr mich verarschen? Warte, welcher ist es? Okay. Okay. Okay, ich muss aufpassen, dass ich... Okay, das war jetzt echt jetzt. Das ist... War kein Schiss. Und... Oh! Oh, okay, okay, berühre ich das nicht. Das war knapp. Warte, ich hab was berühmt. Ich bin nicht gestorben. Ah! That's right! Weißt du was? Ich zeige euch den Mittelfinger. Nein, echt nicht, den echt. Macht Spaß. Oh, warte, ich hab zwei. Oh, ich muss ein neues Ding machen. Ich hab gerade gemerkt, ich hatte ein Ding, okay? Ja, noch ein Fortnite-Tanz, glaube ich. Ich weiß nicht, ich muss schauen. Okay, ich kann gleich der fucking High. Ich hab eine Idee. Das würde krass ausschauen. Meine YouTube-Videos. Okay, schaut ihr das an. Könnt ihr das? Könnt ihr das auf ein Seil? BAM! Mit einem Fuß auf dem Ding und gleiten nicht mehr. Okay, nee, ich kann das sicher nicht in echt. Aber viele Leute können das vielleicht in einem starken Brett, um dann zu tanzen. Hell, ja, mit einem Bein so. Yeah, das ist krass. Für meine YouTube-Videos werde ich vielleicht... Bitte, ich brauch mehr von euch. Bitte, bitte. Nicht wirklich, weil ich würde Fußballspieler sein. Anstatt YouTuber. Aber es wird auch schön sein, dass ich ein bisschen mehr Subs... Subscribers... Oh nein, Likes! Ach! Nö... 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 Ja, das ist so ein kleines Brett, genau so klein wie das da, aber mein Fuß ist klein genug und da kann also genauso groß wie das. Ich meine, in Roblox ist das ein echter Erwachsener, nicht ein Kind. Ein Kind würde so, ich weiß nicht, so groß sein, bis zum Adidas. Ja, so bin ich in Roblox, echte Größe. Ich weiß, komisch, sehr komisch. Frag mich bitte nicht einfach, frag mich nicht. Warum ist es so komisch? Aber in echt ist es zehnmal so wie anders. Es schaut anders aus, aber eigentlich ist es so, weil es ist Menschengröße, wie Lego Größe und die Kinder sind auch so groß. Nicht wirklich, der Kopf ist nur riesig. In diesem Spiel ist es ähnlich. 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 Nee, ich kann das nicht mehr, what the f... Aaaaaaah, nein, warum... Okay, okay, aus. Okay. Was? Okay. Mal mir etwas anderes, Entschuldigung. Das ist etwas, was ich nicht machen will und euch einfach zeigen und dann wird es gewandelt. Mal mir etwas, was Spaß macht. Etwas, was echt jetzt Spaß macht. Etwas, was gruselig ist. Etwas, etwas, was Spaß macht. Da, nein, jetzt hast du mein Video zerstört. Fick dich. Egal. F-